Yo, 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 da ist der RK wieder, grüß, oder? Ich mache jetzt hier Battlefield VB5, voll geil, Yojima Multiplayer, es geht gleich ab, links siehst du, ich bin Sniper Bunny, ja, wir müssen defenden oder bin ich jetzt amerikaner Angreifer? Also, das ist natürlich, ich bin Recon Sniper, das bringt mich auf dem Schiff brutal wenig, man, das heißt, wie lande ich jetzt, nehm ich schon eine andere Waffe, das bringt nichts, man, das, alter, Sniper Customized, das bringt nichts, ich brauche nicht Sniper, Sniperei Bruder, Ingenieur, der ist gut, man, der batscht, Select, na, ja, man, das ist auch nicht cool, wir machen lieber, Fieldmatic machen wir auch nicht, Light Infantry, das ist das Beste, was du machen kannst, ich habe halt nicht so coole Waffen, das heißt, ich werde die diverse Male abgebatscht werden, hey, unten rechts bin ich mit dem geilen Hip-Hopper, äh, Afro, was geht, wir haben mal, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's, man, was ist los, warum hängt's, der Server hängt. Da sind wir schon gelandet, Deploy Bruder, ich bin auf dem Schiff drauf, das ist stressvoll, das sind meine eigenen Leute, okay, man, ich bin der Letzte, also kann ich alleine aufs Schiff hüpfen, noch keine anderen Passengers, soll ich jetzt auf die Passengers warten oder einfach vorfahren, was meinst du, Alter, ich kann natürlich warten, bis ein paar abgeballert sind, oder ich düse einfach los, Mann, let's get going, mal schauen, ob ich Glück habe, oder ob ich mich gleich am Anfang anerwischt, Alter, Vollgas ins Geschehen rein, mit Vollgas, links unten siehst du mir der weiß Ex-Marcus Wallner M, Erkan Krass ist auch am Start, Hartz IV, ihr, Hartz IVer, Hartz IVer, oh Gott, ob der was kann, hey, Frage, ich mach mal lieber Schutz da rüber, ja, ja, da ist ein bisschen, ja, da sind auch schon welche, also zahl, die gar aus den Tanks, hey, hey, nix wie raus, oder, raus, man, jump raus, hey, das ist echt ganz cool, hier kann ich ein bisschen rumpatschen, wie rollt man da hinten, wahrscheinlich ich erwischt mich eh gleich, das ist geil, Mann, ja, okay, Sektor Teken, ich hab halt unendlich Waffen, Mann, clear the Sektor, okay, Mann, wie komm ich da raus, klassisch überheben Game, ja, war doch einer dabei, okay, Mann, ab zum Sektor, ist natürlich klar, mit meiner idioten Waffe komm ich nicht weit, da ist wahrscheinlich gleich, Gehrt dich noch rüber, Killing all Animes in der Sektor, er dich noch respawn, vor uns, ja, läuft, oder, die anderen machen die Arbeit, das läuft, das liegt hier rum, er hat halt hier einen Sender hingelegt, oder, das fiese ist, du siehst die anderen nicht, ja, aber sie sehen dich, sobald du ballerst, wissen die anderen, wo du bist, ne, da sind die ganzen Panzer, da ist halt voll, der krasse Bunker, Alter, hey, anscheinend bin ich voll Frischfleisch, die die Krimer, Mann, die Flag, gibt extra Punkte, oh krass, der Bunker voll abgeballert, ich laufe einfach mal zum Bunker, irgendeiner muss es ja tun, fuck, ich hab ihn angeschossen, immerhin, assisted killen, nein, Mann, Alter, das war der Typ, der mich getötet hat, war klar, okay, ist keiner in der Nähe, Hartz IVer hat es auch erwischt, oder, okay, jetzt schau es nicht, wir checken aus, wir sind noch 391 Leute, läuft, respawn mit der Crew, glaube ich schon ein DMA, oder, ist gut, hinter der Panzer, oh krass, Alter, der Typ, der wollte halt, der wollte es halt haben, oder, manchmal Seite, oder ist es wieder Selbstwertkommando, ja, logisch, wer, da drüben, irgendwo liegt immer einer rum, der dich abbatschen tut, hey, 10 Meter, Markus Walner M, was geht's, okay, kann, rette mich, respawn mit my people hier, was wieder, respawn, halt da, oh, da drüben sind voll viele, ah, assistive kill bekommen, oder, fuck, ich hätte Handkarte werfen sollen, vergesse ich gemacht, ja, mit Light-Internatik bist du halt voll der Loser, hey, da wirst du immer abgebarscht, die macht sich, fuck, ich folge die Statistik ab, Bruder, bestes Sniper, ja, Blimpflable, ja, oh, geil, netter Bruder, dankeschön, voll der gute Mann, wo sind die Mann, war der Flieger, du siehst halt nie, was ab geht, hey, voll Blimpflug, oh, der Medic, hey, was geht denn, da oben, oder was, wie, Flieger sind halt mal auch von linken, da kannst du mit der Light-Internatik, weil ich mir das Hektar, hey, oh, krass, Alter, mir wird fast Flieger auf den Kopf geflogen, hey, was geht da, Bruder, ich mal den Bucker ran, oder, vielleicht gibt's ein bisschen Ammunition, hey, was geht, kann man nicht an, die Japanischen ein bisschen mal durchschnaufen, da macht es Small층 natürlich schon einmal durch schon mal durchschlaufen, was прям denn mit bei gerendemordet pair da macht es Sobinder Kufger mit den Quadraten und das hat immer so gemacht hast du nicht einfach rübermarschieren ganz obwohl du so krasser erkan solcher bist du gehe ich mal runter ich sehe gar nichts die nicht man sieht hat nichts er läuft da voll cool hängt wohl ich dann seine leben sein am fahrer unter der panzer bist du natürlich nicht versteckt ich mach mal so voll mutig ich brauche ich kann ich nicht irgendwie revivieren will ich revivieren danke das habe ich davon ich wollte ihn revivieren geil ich wollte revivieren voll geil weiß ich gar nicht wer der typ war natürlich panzer auf mich schießen tut da kann ich als er kann superkämpfer auch nicht viel machen und tut mir helfen uns alle erwischt zurück da gucken wo ich respawnen zu overview wir sind schon da gelandet ok auf a geht's deploy bruder deploy habe ich gesagt es war den leuten ich stehe einfach mal vor einer muss ja vorlaufen dann sehen die anderen zumindest wo die zukünftigen opfer sind ich werde selber zum opfer naja vielleicht nicht so super smart oder sie ist hat nichts aber sie sind sicherheit kann es ungefähr erahnen besichtigen da oben sniperer das mache ich sonst immer ja du bist als normaler soldier bist du voll der depp oder du mich anretten hat das fehler ist schon wieder ausgegangen war es zu hart oder er will er ein t-shirt rum oh fuck oder ganz lässig im t-shirt wenn was geht flammenwerfer flammenwerfer ist asozial hat es mich erwischt hey aber ich habe auch einen gekillt oder sniper gegen snap hast du keine chance man vergiss es hier revive marcus walter deploy over you dann gehen wir halt dahin es geht weiter richtung a die schleichen uns daran hier ist es halt voll gemeintögliche eine art kanad habe ich kannst du voll vergessen das ist nur wo ist da irgendeiner und da ist der eine ist in die luft gejumpt hey sorry bruder der mich erwischt hey ich habe ihn aber angeschossen man hits ahead bereifst du mich oder was bester mann hey wer ist das man sieht es nicht danke bruder der sniperer da hinten hey ich habe halt voll die loser wache marcus walter ok das merke ich mir du bist ja notiert als null reviverer man vergisst es hey ok ich meine da wird unser squad halt auch nicht größer ja ja ich habe kein handkarte mehr und ich sehe auch nichts das ist das kill oder ich ball einfach mal wild drauf los hey ist auch gut da oben hüpfen sie auch rum das ist der trick man voll mutig deswegen ballern sie auf mich ja mann den habe ich auch erwischt ich weiß nicht wie meine werte meine patronen schießen da oben alle angeballert alle sichtbar zumindest für mich oder einfach mal wild drauf losballern das ist das beste bester trick man vielleicht mal ein bisschen nachladen was geht es hier am munition lieber von oben rein 200 meter und laufen sie rum oh fucker 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 mich hat es halb erwischt ich habe ein bisschen Kraft an mir oh fuck von wo von wo von wo der sniperer von da drinnen oder du musst aufpassen hey du musst aufpassen sonst wirst du weggesnipert 350 leute haben wir nochmal entspannend entspannend wow da sind sie alle ich bin dabei oder was wo bist du wer braucht es ist es wo ist es wo liegt da drinnen schaut sich da aus habe ich den gekillt schon oder glaube ich auch so voll dynamisch oh fuck wo kommst du her von da drinnen von draußen in den bunker reingeschossen hey okay den hast du dir verdient hey komm okay der wird schossen hey der nächste 17 meter weg 331 leute haben wir noch er ist ein geiler Typ wer ist es der hat es hat ich meine helme war klar hat es 4 das ist auch gerade zu denken lachen wir rüber da ist keiner oder denkst du wir müssen du musst halt dich die ganze Zeit extrem konzentrieren du hast nicht mal zeit dich in den Döner reinzufahren oder so aus allen richtungen wir sind mehr als die anderen das ist gut hüpft hoch mein soldier ist halt auch ein bisschen müde heute habe ich das Gefühl lauf halt voll grau auf dem buch dazu das ist dumm medic oder der war schon tot ja 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 ich war ja schon rückkehrt du von ganz da hinten oder was slide da den berg runter hey oh der tank was geht ab hey 320 sind wir noch 319 da ist noch viel Arbeit hey oh da drin ist geil da drin ist geil fuck handgranate fuck der tüte ich war halt wieder null vorsichtig ja das war noch ein medic von den anderen hey oh du der beißt mich guter mann wer ist der mann wer ist das man sieht's nicht da drin in den tunnel ist halt voll da kommt immer irgendeiner das hat man davon Ich dachte, ich kriege mal einen Assist, wenn du hilfst, ja, ist auch gut. Für den Arsch. Was hat man davon, ey? Komm, Bruder, hält du mich. Ja, ist doch voll gut. Beste! Er ist schon wieder, er ist der Geilste von allen her. Tunnel sind auch voll schwer, hey. Ein Stückchen davon hier, ich schwöre dir. Retten? Da kommt gleich einer. Ja, Mann, wer ihr mich erwischt jetzt. Ja, Mann, ich hab ein Helping-Assist. Wieder einen erwischt. Da oben ist er irgendwo, da sind wir irgendwo, hier. Jetzt kommen die Tanks, das ist gut. Soll ich schon hochlaufen und B sichern? Oh, fuck! Da oben ist ein Sniper da. Geil! Wer ist der Mann, ey? Den Domber gleich getroffen, oder was? Was geht? Der hat mir geholfen und ist selber erschossen worden. Die arme Sau, ey. Naja. Wird nicht immer belohnt, ne? Deploy! Ab in die Battle, da drin schon wieder. Ah, das ist hart. Da drin ist immer hart. Eigentlich schon, ne? Immer nach unten, wie immer. Ja, wir laufen hier lang. Okay, wir laufen hier lang. Nach B. B ist da oben. Wo ist B? Da oben ist B. B wie Barney. Durch Tunnel durch. Uiuiuiui, das ist gefährlich. Aber ich geb dich rücken weg. Oh, fuck! Hat er mich erwischt. War er prall von mir, ey. Ich hätte erst ihn killen sollen und dann sie retten. War dumm von mich. Ja, jetzt schau's mir. So lernt man dazu. Und dann auch noch B. Wo bin ich da? Flieger. Hey, das haben wir doch schon gehabt, man. Oh, fuck! Wo bin ich da, hey? Deploy Overview. Okay, man, da ist. Ah, das haben wir doch schon längst gehabt, man. Ich war schon bei Projekt Bunny. Okay, A da wieder, okay. Zu B. Es geht zu B. Wir brauchen B. Aber, da sind die anderen. 100, 4, 100, 10, 100, 97, 95. Dann geht's wahrscheinlich voll ab, oder? Oh, oh. Einfach mal in den Salat rein. Oh, der Flieger von oben. Hey, sorry, dass ich den nicht abgeballert hab, ey. Krasse Flieger, oder, ey? Wie geht's noch? Ja, wie ein Auto. Ja, Feuerbomben-Alarm, ey. Okay, Bruder, ey. Davor ist hier der Hartz-Vieler, oder? Kenne ich das schon. Runter zu B. Okay, Bruder, ey. Da drin ist immer gefährlich. Du respawnst da, und denkst, alles ist cool, aber... Dann läuft dann doch so ein Irrläufer rum, weißt du? Die laufen den Gegner auch manchmal so voll blind rum. Weil die können ja um... Würde ich sparen, wie so fies in die Wind, weil sie dann so dumme Computer... Okay, kommen wir mal von hier, oder? Was ist einer von uns? Keine Ahnung. Einfach mal geballert, ey. Ich hab ihm einfach mal gegeben. Da oben ist voll link. Das ist gar nichts, ey. B, okay. Halbsicher, oder? Da war einer. Klar, Mann. Einfach mal alle markiert, ey. Verstehst du? Woher? 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 Der Typ, naja, der war ziemlich gerade, ey. Wo hat denn der sich rumgeschlichen, der Typ, ey? Genug da zum reviven. Bruder, 12 Meter, 11 Meter, 10 Meter. Na ja, kommt keiner zur Hilfe, ey. Jetzt schau's. Wir blieben laut mit R2, ist klar. Und respawnen. Eiskalt. What? Warte, ich hab mir nichts. 26 Sekunden noch. Gleich ist es vorbei. 22. Oh, fuck. Digga. 10 Sekunden. Und ich komm nicht da. Ich bin nicht dabei, wenn wir Sieg oder Widerlage beschließen. Ey, bester Mann. Revive mich, oder? Hartz-IVer. Guter Mann. Oaah. Boah. Eja, nochmal, da hat's viel. Vor allem ein Retter. Was geht denn? Wir hätten es fast nicht geschafft. Da rein, was? Alter, da bist du... Boah, er burnt da rein, Digga! Ha ha ha! Hart! Ey, da ist doch nichts mehr am Leben, hey! Wie er rein, Bernd, hey! Was geht? Was soll da noch gehen, Mann? Boah, fette Bombe, oder? Oh, fuck! Von wo denn? Von ganz da hinten, hey! Du lagst ja schon längst auf dem Boden, Bruder! Sniper! Ja! Kenner! Ist noch genug Leute da, an mich zu reviven, oder? Cool, hey! Okay, ich schau sie nicht. Schwierig! Da zu reviven werden, hey! Squad, Mann! Wieder da rein! Müssen wir auch verteidigen, was? Müssen wir auch verteidigen, was? Aber mutig, hey! Ich hätte nicht geholfen. Oh, er hat es viel leistet, glaube ich. Ich bin der Kerl nicht wieder, hey! Der schaut aus wie ein... Boah, hat es uns alle erwischt, oder was, hey? Den ganzen... Kümmer! Harter Falter an dem Tunnel, hey! Boah, hey! Der ist dröhnt auf dem Kopf, hey! Gemessert hat der uns! Boah, hat sie uns alle gemessert von hinten! Zu harter Typ, hey! Boah! Von der japanische Samurai, hey! Boah, ich glaube, wir losen gerade voll ab! Die Pleumann! Und nochmal da rein! Hat der mich gemessert von hinten, hey! Das heißt, am besten warte ich hier! Bis wieder so ein Messer reinkommt, oder? Wir rennen alle rein! Er kommt von hinten an und sticht uns alle ab, hey! Und wie hart, oder? Und wo da oben, oder was? Da kommt der Flieger, hey! Harter Falter in dem Tunnel! Wir können gerne mal so'n Flieger runternehmen, hey! Los geht's! Ich komm von Seite! Das ist mein Trick! Ich komm hier rein! Voll drauf gehalten! Die sind halt härter! Alter! Genau! Revive mich, Mann! Die sind... Revive mich halt! Ich hab halt die Loser-Waffe! Ja, Mann! Hat keinen Sinn! Okay, Mann! Ich will da gleich wieder hinten fliehen, hey! Voll übersteuert! Der Server gibt die Berichte zusammen! Mein Name! Fuck! Wo bin ich, hey! A und B! A und B! Der Tunnel, hey! Ist doch krass! Die Tunnel reinfeiten, hey! Warte, war das wirklich so? Haben die sich wirklich so rein gebuddelt, oder was, hey? Die Graben, die krassen Typen, hey! Ja, ist der Geilste, er holt halt voll die Dingshof rein! Die Flieger! Dann wird die Handkarabe rein, hey! Jetzt warten wir lieber ab, hey! Jetzt kommt der Vorstoß, und dann werden die zurückgeschlagen! Und dann ist der Akan hier, und kassiert! Mit dem Loser-Schiemen, jetzt kommen sie raus! Moment, der bärnt's ja voll ab, hey! Feuerwerfer, hey! Das geht ab, harter Fight! Harter Fight! Der wird voll zurückgedrängt, obwohl der Flammenwerfer hat, hey! Die schleichen uns an! Jetzt kommen sie gleich! Das ist geil, jetzt brennt die Feuer, okay, oder? Und wir holen uns an! Alter, ich seh halt gar nichts! Fallen wir uns alle ab, oder was? Du siehst nix, Mann! Es ist so geil animiert, dass man nix sieht! Also, man soll ja nix sehen! Das musst du ja erstmal so animieren, dass du nix siehst! Was ist denn bei der Flagge, Mann? Haben wir gemacht? Auf, auf! Oder was wir jetzt? Oh, da kommen gleich wieder Recheretten! Halt, da ist die Kraft an dem Tunnelrecht! Die eigenen Leute kann man nicht Fenty Feier machen, Fenty, ist gut. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Krass, 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 krass. Der beste Fight ist jetzt, muss ich sagen. Gnadenlos hart, aber gut. Auf B geht's. Ich sehe erstmal gar nichts. Da habe ich erstmal drin bekommen. Da habe ich einen gekippt, Mann. Aber ich habe einen. Jo, Mann, krasser Kill, ey. Was geht? Feier mich. Ja, kann ich schausen. 147 sind wir noch. Sind ja noch genug, oder? Re-spawn, oder? Ich laufe hinterher. Wo geht's hin? Da, da ist doch ein... Okay. Re-loaded. Re-loaded. Mach ich auch. Machi, du. Oh, das war ein Fehler. Re-loaded. Re-loaded. Das war hart knapp, oder? Das war knapp. Da kommt schon wieder einer hin. Komm, wo mal? Wann da reinkommen? Wof, da oben? Alter. Wieder so krasse Ninjas, ey. Die sind so hart, die Typen, ey. Da sind jetzt schausen. Wir sind doch 123. Jo, Mann, es geht hier weiter, Eujima. Wir sind nur noch 114 Leute. Ich deploy mich jetzt mal wieder, krass. Wir sind hier fett am Fighten in den Tunnel drin, ja. Hab schon ein paar Kills am Start. Aber wie du mal siehst, ey, das ist total krank, wie du hier rumlaufen tust. Und auch wenn du schon Sektor secured hast, ja, kommen sie wieder. Wow, krass. Hier bauen sie Panzer zusammen, oder was? Die sind so hart, die Typen. Wie kommst du mit den Panzern raus? Ja, gut. Aufgefahren. Oh. Da oben kommen sie jetzt. Voll link. Ah, fuck, ey. Ja, ey, da kommen sie zu 100. Hätte ich einfach mal ganz lässig also abrasieren können. Aber ich hab halt doch schon scheiß Waffe. Du musst halt Endspiel spielen, ja. Damit du halt auch aufsteigen tust und dich bessere Waffen holen kannst. Du kannst natürlich auch deine ganze Familienerbe ausgeben in Bitcoins oder Battlefield-Coins oder... Keine Ahnung. Da hast du von Anfang an geilere Waffe, aber er ist irgendwie ohne Erde. Und da oben sind sie. Da siehst du schon. Da sieht man sie nicht so gut bei dem Level. Das ist gut. Gehen sie. Ja, Mann. Hab einen. Wir haben nur 48, 78, 60. Die sind einfach... Leider besser bei dem. Obwohl wir uns schon gut geholfen haben und so. Wo sind sie? Wir kommen immer von oben runter. Die Tippen her. Hart, Digga. Du wirst halt von dem Geschehen sein. Muss ich sagen. Das ist ein krasses Teil. Oh, das geht ab. Oh, boah, ey. Vor meinen Augen, ey. Den hat er halt voll... das Megateil erwischt, ey. Keine Ahnung, was das war. Hartes Ding auf jeden Fall. Fuck, da waren wir. War ich sofort. Da war ich halt ein bisschen zu ambitioniert, ja. Ups, wo kommt der her geflogen? Du musst halt eins aufpassen. Ich glaube, wir sind 300.000 Mal gestorben. Wir sind noch 56. Sieht nicht gut aus. Wenn wir den Win kriegen, wäre das natürlich doppelt Ehre, ja. Okay, Mann. Da, wo ich gerade schon mal gestorben bin, gehe ich jetzt nochmal hin. Ein bisschen mehr aufpassen und sowas. Was geht ab, ey? Da waren sie gerade, oder? Was ist er für krasser Zorro, ey? Ein Kill, wieder ein Kill. Und den Sektor getaget, ey, Bruder. Dann fallen sie von draußen rein. Dann fallen sie von draußen rein. Alter! Dann fallen sie von oben rein. Dann fallen sie von oben rein. Dann kommen sie von oben rein. 98 sind wir wieder mehr? Das ist der final, der push in to victory. Da, da haben sie mich schon oben runter geballert. Nach A. Der Typ ist auch geil. Hat mich einfach ein bisschen Emot zugeschmissen. Geiler, guter Mann, guter Mann. Ich laufe nicht hinterher. Wenn es dich erwischen tut, tue ich dich erst verteidigen und dann reviven. Kannst du dich aussuchen. Er kann es am Start. Wir sind noch 95, wir müssen noch zum Sektor. Ja, ah. Und wenn der hat uns doch schon mal gehört, Mann. Ich gehe da lang. Himmelfahrtskommandos teil. Ah, okay, Winter, verstehe ich. Da hab ich nicht lagen, Leib im Sektor, also alle in eine Richtung marschieren. Alle Frischfleisch. Das ist ein krasser Panzer, ey. Und mit Dach drüber, oder? Alles andere als Kabel. Hart. Hart. Rocket launch. Da kriegt sie hin. Krasse Rocket. Boah, das hat er da oben für Teile am Start, ey. Ja, die voll die Rockets am Start. Da kommt ein bisschen das auf mich zu. Nehmen wir doch mal gleich mit, oder? Ein bisschen Ammo kann ich schaden, wenn es schon auf mich zurückschaut. Wer denn? Alter, ich hätte euch schon geholfen, muss aber ein bisschen durchhalten, hey. Da ist ein Dächer, ja. Ein Panzer, ey. Ein Panzer, ey. Ja, ja. Sehr gut, Bruder. Jetzt wird sowieso gleich der Panzer weggefilzt, weiß ich jetzt schon, ja. Immer unter Moved, Bruder. Immer Bewegung machen bleiben. Ah, haben wir doch schon mal einen gehabt, oder? Spichette hat den wahren Wegsetcher immer voll versäglich. Ja, Leute. Boah, er hat den gemessert, oder? No time to waste. We nearly have the sector. Schauen Sie ab. Schauen Sie ab, Mann. Oh, fuck. Hat mich dann erwischt. Da kommen die Verstärkungstypen. Die darf man halt nicht vergessen, ja. Du denkst, die sind alle schon weg und flüchten. Und dann sowas. Okay, alle sind noch ein Leben. Herzfehler. Ist auch am... Da ein, ich da jetzt auch, Bruder. 55 sind wir noch. Hat er mich erwischt, oder was? Jetzt, boah, jetzt kommt die finale Musik, ey. Weil es sieht gut aus, Bruder. Ja, Mann. Boah, hart da an die Kante ran. Da wartet natürlich nur Tod und Verderben. Ist klar, Mann. Zwei gekillt, ey. Zurück, 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 zurück. Ah, der fliegt halt. Die schlachten wir an. Victory, Victory. Sechs Sektoren haben wir genommen. Ich war aber... Die Iron. Na, okay. So geil bin ich noch nicht, dass ich bei den Oberfighter... Das sind die Japaner. Das sind die Böden. Das waren die Gegner. 50.000 Punkte. Das ist... Ends gut. Und da war noch nicht mal der krasse Zorro dabei. Läuft, 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 läuft. Wir schauen uns mal die Statistik an, ja. Ich hab sechs Kills gemacht. 100... Was? Eine Flagge gecaptured. Hat einer 143 Kills gemacht, aber es geht ab, ey. Anime Weakles, Story Flags, Assist Kills. Stehen gar nicht da, oder? 126 Punkte. Woah, Gas. Baker Squad. Scoreboard. Er kann krass auf 31. Ist es der letzte oder nicht? Alter. Ich bin nicht der letzte, oder? Come on, ey. Vorletzter. Jockey Wilson. Moos Hartzwiller. Wo ist denn der gelandet? Alter, der Erste ist bei uns gewesen. Geil. Okay, Mann. Das war's, ey. War krasse Fighterei. Da ist der Erkan krass. Ich hab gut gekämpft. Ich schau ein bisschen ernst aus. Wie Japaner. Obwohl ich für die Amis gekämpft hab, Mann. Also, tschau. Bis zum nächsten Fight. Ihr seid dabei. Homies, Habibis, Girls and Chickas.